Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Seid ihr bereit? Für außergewöhnliche Talente. Dieser Clown kann ja nicht mal jongliert. Diese Keulen sind irgendwie defekt. Für ungewöhnliche Experimente. Du siehst grün und dämlich aus. Oh oh. Und coole Cosplayer. Wie Spaceworks und der blaue Druid? Abgefahrene Kostüme. Dankeschön. Ihr seid die beste intergalaktische Superhelden-Rockband im ganzen Kosmos. Dann seid gespannt. Auf die neuen Folgen von Zeithassel. Nächste Woche Montag bis Freitag, 12.05 Uhr. Nur bei Nick.